Gut, Moment. Was braucht der Goblin? Ach nein, nicht Magie. Ruhnen. Der Goblin. Was braucht der? Kampf 1, MG, Zauber, Zauber. Okay, hat anscheinend keine Anforderungen. Aber ist mir jetzt egal. Ich mach die Biene jetzt nicht fertig. Ich geh lieber zurück zu Alex. Dich mach ich fertig. Du bist mir im Weg. Und tot. Critical. Äh, ja. Die Musik in dem Spiel ist auch immer wieder schön. Einfach. Was ist hier hinten eigentlich? Aha. Wetten, wenn ich die Kiste aufmachen will, sagt sie, wir können doch nicht ihre Freunde beklauen. Wetten? Wetten? Zwei Lebensfiole. Zweimal Lebensfiole halten. Okay, doch nicht. So. Zurück. Na Mutti. Ich danke dir, Kyra. Erfahrungspunkte. Quest erfüllt. Inventar, Rucksack. Karte 1. Aha. Ja, okay. Danke, dass ihr meinen Bruder wieder zurückgebracht habt. Kein Problem. Na Alex. Der Heim ist doch am schönsten. Äh. Genau. Habe ich erwähnt, dass ich Alex mag? Ich mag Alex. Lass mich in Ruhe. Ich bin allergisch. Auf Trüffel Rosinen Muffins. Hey, lacht mich nicht aus. Ich wette, sowas gibt's. Okay, hier. An dieser Stelle. Aha. Hm, hier ist die Erde weich. Anscheinend wurde hier vor kurzem gegraben. Kram. Wie, eine zweite Karte. Ach Gott. Schnitzeljagd. Hm, ich mag Schnitzel. Wo zum Teufel ist das? Da waren wir noch nicht, oder? Aha. Ich habe gerade herausgefunden, dass das Ganze auch... äh, das tun... Ähm. Ich habe gerade herausgefunden, dass man das mit C aufrufen kann. Bei anderen Spielen ging das nur mit X. Oder stäusche ich mich jetzt einfach? Scheuche ich mich. Hier passt der Schlüssel hinein. Welch ein Wunder. Ein Ebenholzschild erhalten. Oh, leider ist der Schlüssel zerbrochen. Für welche andere Truhe hätte ich den auch gebraucht? Äh, Ausrüstung. Holzschild, Ebenholzschild. Na, Schutz 1 hoch. Aus hartem Holz. Schützt mittelmäßig. So. Nachdem wir das auch abgefrühstückt haben. Ich hab Hunger. Und ich von Frühstück rede. Äh, können wir heute machen. So. Also raus hier und, jo. Oh, das Wasser. So schön. Oh, so flauschig. Eigentlich nicht, aber... Ist ja egal. Ich bin gerade nur ein bisschen an der Stelle, weil ich der... Der Atmosphäre ein bisschen... Lauschen will. Atmosphäre aufbauen will. Das macht das Spiel ja selber, warum will ich im Atmosphäre... Atmosphäre... Zollstation betreten. Zollstation. So. Nehme ich auf? Ja. Gott sei Dank. Hm. Du darfst passieren. Du darfst passieren. Na gucken. Gestern wurde ich hier höher versetzt. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Dieses ewige Patrouillieren in Iviat geht mir langsam auf die Nerven. Oh. Was liegt denn da Hübsches? Warum kann ich das Hübsche nicht mitnehmen? Tick die Uhr oder bilde ich mir das nur ein? Hm. Stiefel. Kann ich auch nicht mitnehmen. Warum nehme ich das nicht einfach mit? Ich könnte den doch da hinten... ...niederschlagen und... Ach, ist ja bewusst. Was ist das schon wieder, eine Sprungfeder? Hm. Da scheint irgendetwas zu sein. 200 Daraner. Boah. Die haben Sticke hier. Rüstung. Kann ich auch nicht mitnehmen. Sprungfeder. La la la. Hier irgendwas. Die Bücher hier kann man völlig vergessen. Nur Bücher über Notfälle. Wie einen Überfall auf einen Stützpunkt. Hier müssen wir... Hier müssen wirkliche Helden sagen. Das hier ist eine Zollstation. Eine Art Grenzkontrolle. Aber wirklich kontrollieren tut hier keiner was. Warum kann ich... Ach, ich würde das gern alles mitnehmen. Ah, gut. Und wie gefällt es euch hier? Nun, für eine Zollstation habt ihr es hier schön eingerichtet. Kein Wunder bei dem Geld, was der hohe Rat ins Militär reinsteckt. Darum sind wir auch im ganzen Land hoch angesehen. Besonders unsere Elite-Soldaten. Oben befindet sich das Schlafgemach der Soldaten, die hier stationiert sind. Für Zivilisten wie euch ist der Zugang verboten. Also probiert es gar nicht mal. Der Zutritt in das obere Stockwerk ist nur Soldaten gestattet. Kannst du keine Ausnahme machen? Tut mir leid, aber so sind nun mal die Regeln. Ach, verdammt. He's the Scatman. So. Ach nein, ich wollte hier noch nicht weiter. Ich wollte hier noch mit diesen lustigen Gesellen dort sprechen. Ach. Teleportation, wenn man zur Seite geht. Ah. So. Jetzt, du. Endlich ist der Weg frei. Jetzt kann ich endlich zurück nach Hause. Worauf wartest du noch? Ja, ja, ich geh schon. Ich seh. Ich brech gleich auf. Ich brech gleich auf. Hm. Ich würde gerne dort nach oben, aber gut. Gibt es hier irgendwo? Nein, anscheinend nicht. Kann ja sein können, dass es hier irgendwo etwas gibt. Hier zum Beispiel nicht. Zollstation Waller. Wallersee. Weiterreisen. Wir gehen erst mal nach Waller. Waller. Ich hasse Teleportation, wenn man zur Seite läuft. 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 Ja, ist richtig. Habe ich das schon mal erwähnt? Äpfel. Eine Großmutter, oder? Wenn ich wüsste, wie es meinem Sohn in Kanau geht. Ich hätte da einen Brief für sie von ihrem Sohn. Tatsächlich? Zeigt her. Ihr habt recht. Er ist von meinem Sohn. Jetzt weiß ich, dass es ihm gut geht. Sagt ihm, mir geht es gut, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Grüßt ihn von mir. Ich muss jetzt nicht ganz oft zurück nach Kanau. Also, alte Bücher, die keinen Wert mehr besitzen. Normalerweise sind alte Bücher doch immer wertvoller. Feuer. Nein. Welche angenehme Nachricht habt ihr mir gebracht. Ich fühle mich schon wieder viel besser. Schön. Schade, wieder keine Äpfel. Ach gut. Den Weg nach Kanau schneide ich euch raus. Bis gleich. Das Rausschneiden hat sich doch gelohnt, oder? Oder nicht? Ja, komm. So. Das waren effektiv 10 Sekunden. Naja. Ich habe jetzt irgendwie das als weiter interpretiert. So, wo hat der Heino denn gewohnt? War das der hier? Ja. Der Vampir. Und hast du heute den Brief aber wahr? Und hast du hier den Brief gebracht? Ja, das habe ich. Sie sagt, ihr geht es gut und sie lässt von ihr grüßen. Ach, das ist meine Mutter. Ich danke dir. Jetzt kann ich wieder friedlich schlafen. In einem Sarg. Ich bin Asgard. Nimm diesen Ring hier. Er soll dir von großem Nutzen sein. Ein Jagdring erhalten. 20 Erfahrungspunkte erhalten. Quest erfüllt. Na gut. Was kann der Ring? Ring, 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 Ring. Ring, Ring, Ring. Jäger verwenden diesen Ring. 3 Angriff, 3 Fortuna. Was? Nein, nicht. Warte, ich kann Ausrüstung. 4 Fortuna. Na, dann tauschen wir den doch aus. Und gehen gleich zu Fried. Genau, Fried. Hier gibt es so viel aus... Moment, ich muss kurz husten. Hier gibt es so viel aus Elements Destiny. Der Händler Fried. Alex. DK. Wobei DK nicht aus Elements Destiny ist. Obwohl. Aber willkommen, mein Sohn. Ach, ich kann bei dir nichts verkaufen. Na dann, zu dir. Ich nehm... Boah, ich nehm schon wieder eine Stunde auf. So schnell vergeht die Zeit. Ja, Kinder damals. Mein Körper wird echt zu Milch. Na dann. Äh, nein, verkaufen. Mann, Affili, Heilkraut, Lavendelblätter. Holzschild brauchen wir nicht mehr. Taschenruhe, Glücksring brauchen wir nicht mehr. Kristalle. Was? Die verkaufe ich nicht. Vielleicht bringen die noch was. Laterne, ne. Brauche ich vielleicht noch. Reisklaue. Für den Verkauf geeignet. Bienenstacheln. Für den Verkauf geeignet. Nachverkauf ich die Kristalle eben. Ohne Goblin kann ich nicht verkaufen. Sterne in Amulett kann ich. 500 Daraner. Gott. Naja, Kleeblatt. Honig, mehr Flasche. Okay. Ich wette, ich hab grad was sehr dummes getan, als ich das Sterne in Amulett verkauft habe. Naja. So. Ihr könnt ja mal mitziehen, wie lange der Weg dauert. Komm. Und? Bin ja mal gespannt. So. Hier waren wir. Na du. Meine Tomaten sind die größten im Dorf. Doch dieser Rar behauptet das Gegenteil. Hm. Fisch. Hm. Fischer? Das ist doch eindeutig eine Dame. Wollte meine Fische kaufen. Sie sind erst heute frisch gefangen. Wir brauchen keinen Fisch. Nein halt nicht, aber das ist phalasische Spezialität. Die findet man nirgendwo anders. Im Reich. Also, im ganzen Reich. Und es sei der Fisch von Galata. Ich würde ihn nicht haben. Was? Ach so. Und sei es der Fisch von Galata. Ich würde ihn nicht haben wollen. Wie du meinst. Aber falls du es... Nein, danke. Hab ich mir in dem Moment grad auch gedacht. Und du? Heuer sind die Kisten wieder mal prall aufgefüllt. Da wird es uns richtig gut gehen. Also, pralle Kisten bedeutet, man lebt gut. Okay. Okay.